Hey, wow, Lara, was geht? Ey, Frust Neues, ha? Das geht jetzt nicht immer. Gibt's doch jetzt hier nur noch einen Doppelpack, oder was? Komm, Lara, wir gehen. Hey, wir gehen. Willst du mir nicht noch ein bisschen auf die Fresse hauen, oder was? Ey, Lara, was ist, geht's jetzt mit dem Asilanten, oder was? Ey, soll denn das? Können mich doch nicht einfach so hier stehen lassen, Mann.